Schatzweite Überbrückung der Übertragung. Isaac Clark. Ah, ein Trick. Isaac. Isaac. Mach uns die Füße. Was? Isaac Clark. Ah, richtig. Dr. Brennans engster Vertrauter. Wir waren Kollegen. Dr. Chalice. Mursa. Sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie. Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht. Verstümmelung. Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Spur. Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Die Konvergenz ist so nah. Vielleicht ist Ihr Tod das Zünglein an der Waage? Geh Kroch. Die Konvergenz – Halt. – Halt. Bist du da? Dang it! Öffne das Chemielabor! Was? Tu es einfach! Bin dabei! Es ist aus, es ist los!